Ja, hallo von der Fraktionsebene. Ich trage was am Revier. Das gelbe Band habe ich gerade unterschrieben. Das sind Weihnachtsgrüße an unsere Soldatinnen und Soldaten, die sich in Auslandseinsätzen befinden. Ja, was ist die Woche noch so los? Es ist die große Haushaltswoche. Das heißt, Bereinigungssitzung steht vor der Tür. Die AG Haushalt, also die Arbeitsgruppe Haushalt, trifft sich jetzt fast im Stundentakt, um den Haushalt in die Endfassung zu bringen. Am Donnerstag die Nacht der Langmesser. Wir fangen morgen früh um 11 Uhr an und werden wahrscheinlich bis morgens um 3, 4, 5 oder 6 Uhr tagen. Und dann ist der Haushalt 2023 fertig. Da sind aber noch einige Gespräche notwendig, zu denen ich jetzt auch gleich gehen werde.